Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima und wir gucken mal, was Ishikawa jetzt möchte. Hm, dadurch wissen wir ja auch, wie sie denkt, die Vergangenheit vergeht nicht. Komm! Wie können Sie sich die Bewerben finden? Ich denke, dass Sie sich die Bewerben. Wenn Sie die Bewerben sind, können Sie sich die Bewerben bewerben. Ja. Ihr habt nicht völlig versagt. Gehen wir jagen. Alter, ich bin doch nicht der Schütze, sondern du. Ich bin hier der Schwertschnetzel, Hannes. Wo wollen wir denn hin, Alter? Kannst du einfach mal laufen? Oh, da ist er ja schon. Ähm, jetzt ist die Frage, wo wollen wir denn hin? Erreiche die Küstenstraße. Was ich mit dem auch immer so laufen muss, ne? Was ich mit dem, Alter? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Puh! Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Jo, kennen wir. Aha, da ist also noch ein Haiku. Stirnband der Harmonie. Gut, haben wir jetzt keine Zeit für? Äh, oh Gott. Ich lade schon mal eben hier so rum. Aha. Halte die Augen nach Mongolen offen. Nein, so ein Kackvogel? Alter, der hat mich echt getroffen. Oh, du Arsch. Oh, ist ja noch so ein Typ. Erreiche die Brücke an der Küste. Oh, das ist ja noch ein Typ. Dann gehen wir mal eben zur Brücke. Da oben sind sie. 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 Ja, schreit. Da oben sind sie. So. Was ist noch einer? Oh, der große. Da oben sind sie. Da oben sind sie. Da oben sind sie. Das machen wir so. Die Vergangenheit vergeht nicht. Talisman der Präzision. Aufzeichnung aktualisiert. Vier von neun. Eine letzte Bitte. Guck mal. Wo haben wir denn die Tante? Da. Sechs von neun? Nee. Die Dieben? Hm. Ich weiß es gerade echt nicht. Ist das das letzte? Oder ist das noch eine Geschichte, die wir noch gar nicht... Ah, ich bin mir jetzt wegen dem Narren nicht mehr sicher, ob das wirklich ähm... Das letzte war äh... Hatte der mir nicht irgendwo noch ein Haiku angezeigt hier? Zu gutem ist grab das meinsja. Das weiß er wohl nicht. Das wird's wohl nicht gewesen sein. Nöh. Gut. Dann haben wir hier doch da. Das nehmen wir doch nochmal mit. das nehmen wir nochmal mit müssen glaube ich aufpassen dass wir ein bisschen weiter oben bleiben weil er sagte ja oben von den Felsen nicht dass wir jetzt wieder runter gehen ins Heilbad das sieht doch gut aus hier über Harmonie sinnieren Erde unter euch oder was haben wir noch Verstand klar und blau ich bin blau Runen durch Bäume nee Raunen durch Bäume ich nehme das mit ich bin blau zu viel Sarke kühles Bett unter Sternen freischaukelnd im leichten Wind geschützt vor Krebs leicht schaukelnd passt ja auch wieder mit ich bin blau robuste Abwehr stets stärker werdend gelockt nee stärker das Taumeln wird stärker das Taumeln wird stärker mit olare jahre Ich bin derjenige, der sich in der Welt verliebt. Das ist wie Okina gesagt, dass mein Herz sehr stark ist. Mal sehen, wir sehen uns wieder. hier noch? Achso, das ist Tadayoris und die Ronenkleidung. Die kann man natürlich nochmal, wenn man doch mal wieder ein bisschen schleichen muss, anziehen. Die Rüstung ist auch echt schon gut ausgebaut. Hier fehlt auch noch ein. So, jetzt muss ich irgendwie wieder hoch, da zum alten Mann, oder? Ja. Da klettern wir hoch. Dann sind wir da und dann wird diese Folge vielleicht mal ein bisschen kürzer, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange die Mission sonst geht. Dann fangen wir die nächste Folge mit der nächsten Mission an. Fein, machst du das. So, wir sind da. Da hinten ist er. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zockerfreunde, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dennne! Auf Wiedersehen. Bis dennne! ARD Text im Auftrag von Funk